Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Catrion und danke auf jeden Fall für die Tipps. Ich wusste nicht, dass ich die auch hier einfach am Stencil-Table hätte machen können und ja, im Nachhinein betrachtet, stimmt's, wäre es natürlich schneller gegangen mit dem Obsidian, wenn wir es hier drin gemacht hätten, weil es nicht vorher hätte geschmolzen werden müssen. Ja gut. Und am allereinfachsten natürlich Obsidian hat EMC. Also ja, es war jetzt nicht das Klügste, was ich hier gemacht habe, aber hey. Und ihr habt in die Kommentare geschrieben, ich soll mal ein Buch lesen. Wegen den Materialien, die hätten sich wohl geändert. Okay, wir gucken mal. Materials and You. Ist das die 1er Version gewesen? Tools, Materials, ja. Okay. Okay. Ähm, Electrical Steel. Weil, also mein Plan wäre jetzt grundsätzlich gewesen, den Kopf aus Kobalt zu machen und den, äh, die Rod aus Menulin, weil Menulin eigentlich früher die höchste Durability hatte und Kobalt den höchsten Mining Speed. Ähm, aber gucken wir mal. Coolsating, Darksteals, Solarium, Stone, Flint 200, 430, Sponge 1000, okay. Dafür kein gutes Mining Level, aber Durability ist gut. Firewood, Iron, Nightslide, 850, Durability, 1000, Kobalt, Ardite, ach, guck mal an. Ardite hat tatsächlich mehr Durability. Hmm, Modifier 1,4, 0,9, 0,5. Ah, the total Durability of the tool will be multiplied by this, okay. Ach, jetzt für die verschiedenen Sachen. Also wir haben hier, wenn wir den Handle draus machen, 250 mal 0,5, also nur 125. Ah, okay, aber da hätten wir noch viel weniger und hier ist Durability minus 200. Ja, aber auch mal 1,4 ist immer noch minus. Okay, also der Kopf aus Kobalt dürfte mit Mining Speed 12 definitiv eine gute Entscheidung sein. Aber ich muss schon sagen, die Handle Durability. Nightslime wäre vielleicht für den Handle dann tatsächlich besser, wenn ich das jetzt richtig beurteile. Warum haben die das so kompliziert gemacht? Äh, kriegen wir den einfach so? Nee, ne? Nightslime Ingot. Molten Nightslime. Nightslime Chicken. Ja, aber wo kriege ich Nightslime her? Block of Nightslime. Ja, wow. Äh, gucken wir hier oben mal. Okay, ich habe nicht das Gefühl, dass wir hier irgendwie an das Zeug gerade drankommen. Ah, hier, hier, hier. Seatstone, Liquid Purple Slime und Molten Iron. Liquid Purple Slime. Okay. Liquid Purple Slime. Slime Ball. Haben wir Purple Slime 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 Slime? Slime. Ähm, Purple Slime Sapling. Okay, okay. Wir probieren jetzt einfach mal, oder? Den Handle aus Nightslime zu machen. Ach ja, und ein Bonsai Hopper wäre nicht schlecht. Dafür brauchen wir so einen Hopper und, oder habe ich den hier schon drin? Nee. So einen Hopper und dann Bonsai. Hopping Bonsai Pot. Er ist ein normaler Bonsai Pot. So, und jetzt ein Hopping Bonsai Pot. Perfekt. Einmal einscannen. Dankeschön. Und eine Chest wäre nicht schlecht. Eine Chest. Wir haben eigentlich auch... Ja, hier sowas. Slime Dirt. Ich glaube, es wächst auch auf normalem Dirt, aber wenn schon, denn schon. Wir stellen es einfach mal hier ins Eck. Ist ja nur vorübergehend. So. Zack. Und... Zack. Und rein theoretisch sollten wir jetzt hier Purple Slime kriegen und dann können wir den Handle da raus machen. Ich würde aber einfach mal zum Test, auch weil wir es schon hier drin haben, weil wir eh zwei Blöcke im Manual in haben. Ich meine, einen Block können wir mal... Nee, wir lassen das mal drin. Ich würde gerne mal zum Test trotzdem eine Pickaxe so machen, wie ich es eigentlich geplant hatte. Weil mich interessiert, ob das auch funktionieren würde. Oder wie der Unterschied dann ist. Und die beste Kombi, die wir da rauskriegen, die benutzen wir dann quasi für den Hammer. Also... Nein, nein, eben nicht den Head. Sondern hier Tool Rod. No. So. Dann das Dingend hier. Das Binding. Und jetzt... Oh, Kobalt dauert jetzt schon lange. Kommt dann gleich Kobalt für den Griff. Einmal das da, einmal das da. Wenigstens geht das jetzt per Shift-Klick immer ins richtige Ding. Das ist schon mal sehr schön. So, haben wir es bald. Langsam Smell-Tree. Ja, mit Puritheum wird es natürlich besser laufen, aber... Haben wir nicht. So. Also das wäre jetzt mein... Nein, da gehören zwei... Das war früher auch... Oh... Mi, mi, mi. Oh, Mann. Ja, komm. Kobalt brauchen wir so oder so. Wie sieht es da aus? Das ist Slime Ball. Okay. Dann schauen wir nochmal. Night Slime. Also. Das war hier, da, hier. Also wir brauchen für zwei... Also wir brauchen das zweimal... Für eine Rod. Und das bedeutet... Gut, das ist nicht das Problem. Wir brauchen mindestens 250 Millibuckets. Purple. Und wir kriegen aus einem genau 250 Millibuckets. Und wenn wir das Binding auch daraus machen wollen, dann brauchen wir sogar zwei von denen. Jetzt ist nur die Frage... Ob das Binding... Ähm... Ähm... Moment. Es macht ja viel mehr Sinn, sehe ich gerade, wenn wir das nur aus Pink Slime machen, oder? Oder täusche ich mich gerade? Bin ich gerade so dämlich? Das wären das dann 5000 Durability? Irgendwie... Also irgendwie, ich check das nicht, oder? Öh, Gui. Okay, es hat dann die... Die Eigenschaft Slimey. Ist das schlecht? Das ist wahrscheinlich schlecht, oder? Das ist wahrscheinlich schlecht, vermute ich jetzt mal. Konstantan. Was ist denn das? Okay, das ist jetzt nicht so... Äh, wo war denn nochmal... Ich... Aha, okay. So much stone. Ach, krass. Also im Prinzip absorbiert das dann den Stein, den wir abbauen für Durability? Oder wie? Ja, das ist ja eigentlich auch nice. Oh Gott, Ding, das ist so kompliziert geworden. Äh, wo war denn jetzt nochmal hier... Das, äh, was wir eigentlich gerade machen wollen? Äh... Bin ich blind? Wo war denn dieser Night Slime-Dingens? Das war doch recht auffällig, das Inget. Das war doch recht auff... Ah, da ist es. Night Slime. Und wir haben hier... Unnitrile. The Tool Mines Faster. Uh... Mines Faster. Der Higher is Mining Level. Okay, okay. Das ist ziemlich cool. Das ist ziemlich... Wir machen es einfach aus Night Slime. So, das... Ich hinterfrage das jetzt einfach nicht mehr. Wir machen es einfach mal so. So, Kobalt. Erstmal hier noch ein bisschen Kobalt rein. Dann hier zwei Slime Balls. Dann brauchen wir Cobblestone. Ich rechne mir das jetzt nicht aus. Wir machen einfach mal ein bisschen was rein. Und, ähm... Erstmal das rein, damit es in der Zwischenzeit schmelzen kann. So. Und wir brauchen Iron. Auch ein bisschen. Da dürften... Ja, machen wir acht. Können wir auch mal ein paar. Wir können ja mal ein bisschen mehr von dem Zeug machen. Wir können ja nachher noch ein paar Slimes dazu packen. 500, das sieht gut aus. So, dann soll das alles hier mal schmelzen. Und in der Zwischenzeit versuchen wir mal ein Tool nach dem alten Schema zu bauen. Und das wäre das. Also so hätte ich jetzt das Tool gebaut. Das hat jetzt Doropility 665, Mining Speed 12. 5,1 Angriff, was jetzt weniger interessant ist. Und zwei Modifier. So. Und ich bin sehr gespannt, wie jetzt das zweite wird. Also der Kopf sowieso wieder aus Kobalt. Das ist... Das ist klar. Aber die anderen Teile, die machen wir jetzt aus diesem Night Slime. Und dann gucken wir mal, was da draus wird. Korrigiert mich gerne wieder in den Kommentaren, wenn ich hier absoluten Käse mache. Aber es wirkt sinnvoll. So. Da ist das eine Inget. Und da kommt das zweite Inget raus. Ich habe das Richtige genommen. Ja, okay. Und jetzt machen wir nochmal eine Pickaxe. Und wir haben mehr Durability und absolut keinen Verlust dadurch. Okay. Das ist cool. Und jetzt können wir aber noch schauen, ob wir entsprechende Effekte tatsächlich feststellen können mit dem Mining Speed. Aber der ist bei beiden zwölf. Ja, ist okay. Also ich bilde mir an, dass es tatsächlich ticken schneller ist, ne? Das ist cool. Okay. Okay. Also ich würde sagen, das mit dem Night Slime macht definitiv Sinn. Das bedeutet aber wiederum, na komm, einfach alles, dass wir eine Menge von dem Zeug brauchen, denn der Hammer ist nicht billig. Jetzt muss ich nochmal ins Buch gucken, wie das beim Hammer ist. Tools. Hammer. Finden wir das so am sinnvollsten raus? Da. Recarter Tool Forge. Das ist klar. Hier haben wir den Hammer. Also die haben wir zum Beispiel das so gemacht als Beispiel. Eine Kobaltplatte. Mhm. Mhm. Hm. Kobalt, Menülin, Eisen, Holz. Ob das Sinn macht? Schauen wir mal nochmal bei Kobalt rein. Ja, Head. Die Frage ist, was ist beim Hammer halt der... Ah, Moment. Können wir hier einfach den Hammer anklicken? Nee. Ah, Moment. Es läuft da oben durch. Dann sehen wir ja, was es ist. Ob es die Plate ist oder... Ah, nee. Es ist dieses Mittelding. Und die Plate. Ah, okay. Es zählt alles. Es zählt beides als Head. Okay. Also alles aus Kobalt wären 2000 Durability, Mining Speed 4,8. Okay. Hm. Mhm, 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 mhm. Mining Blocks increased your speed. Schwierig, schwierig, schwierig. Wie würde das jetzt machen? Ich würde sagen, den kompletten Kopf aus Kobalt, oder? Ich würde sagen, den kompletten Kopf aus Kobalt. Was dann wiederum heißt, dass wir... Moment. Erstmal können wir den, den und den wegmachen. Das kostet 8. oder macht Sinn, das mittlere Kopfteil... Tut mir leid, dass wir zu viel hier reingucken, aber ich will es richtig machen. Ähm, das mittlere Kopfteil... Vielleicht das Ardite noch. Meins faster. Etwas süßes. Aber das lässt Damage. Das wäre jetzt nicht das Problem, aber meins faster. Wir wollen ja einen Mining Hammer machen. Wir wollen ja einen Mining Hammer machen. Vielleicht macht es Sinn, den Kopf aus Ardite zu machen. Also die Platten machen wir jetzt auf jeden Fall erstmal aus Kobalt. Ich hole mal Ardite. Wir machen jetzt mal verschiedene Teile, würde ich sagen. Und die setzen wir dann... Ne, das reicht im Leben nicht. Die setzen wir dann im Tisch zusammen. Wir können ja, bevor wir es rausnehmen, können wir ja schon sehen, was für Werte das Ding dann hat. Und dann testen wir einfach mit verschiedenen Kombinationen. Mir fällt gerade ein, dass das eine saudumme Idee ist, hier Ardite reinzuwerfen, solange ich noch Kobalt brauche. Und hier fehlt genau ein Kobalt. Beziehungsweise, ich wollte eigentlich noch mehr. Wir brauchen noch mehr Kobalt. Äh, was wollen Sie hier? Bitte gehen Sie. 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 Dankeschön. Dann gehen Sie halt in Frieden. Das geht genauso. Kobalt. Kobalt. Seht ihr, dann lernen wir bei der Gelegenheit auch gleich mal wieder was über ähm, ja, das neue Tinkers. und dann würde ich zum Test auch mal das Ding hier aus Manulin machen. Ach nee, die Platte wollte ich nicht aus, egal. Eigentlich wollte ich den Hammer hier aus Manulin machen. Ich glaube, wir haben genug, dass ich den Hammer auch noch äh, oh, gerade so. Dann reicht es aber nicht mehr für den Handel. Oh. Egal. Dann haben wir mehr zum Rumtesten, ne? Das, das ist doch gar nicht so schlecht. Dann haben wir mehr zum Rumtesten. Ich sollte mir definitiv einen zweiten Tisch machen. Ähm, Casting Table. Seared Stone. Das reicht sogar. Dann können wir mal zwei gleichzeitig, weil bis das abkühlt und äh, ne? Ist immer so eine Sache. So, Dankeschön. Dann haben wir jetzt hier zwei verschiedene Platten. So, dann läuft es hier mal kurz raus. Perfekt. Lalilu. Und es fängt wie an, äh, wird. Ich weiß nicht, was du meinst. Sind doch nur wir beide da. Oder, oder hat er irgendwie Lags? Das würde aufgrund seines Ping-Dingens da durchaus eine Möglichkeit sein. Kobalt. Okay. Dann die Platte aus Kobalt. Und das Ding auch nochmal aus Kobalt. Und dann probieren wir einfach ein bisschen rum. In dem einen Beispiel war ja zum Beispiel eine Platte aus Kobalt und eine aus Manulin. Deshalb müssen wir das einfach mal austesten, ob und wie das funktioniert. So, und jetzt kommt Ardite hier noch rein. Wir haben jetzt zwei Kobalt zu viel, was gut ist, weil dann haben wir noch ein bisschen Menulin. Wobei das weder für das Ding reicht, noch für, nee, wir brauchen nur, wir brauchen für den Hammer kein Binding, ne? War das nicht so? Genau, wir brauchen für den Hammer gar kein Binding. Dann brauchen wir eigentlich noch ein Kobalt. Dann können wir das Ding auch nochmal aus Menulin machen. Kobalt. Gib mir Kobalt. So. Das ist eine sehr experimentelle Folge gerade, aber hey, wir lernen hier fürs Leben. Für alle zukünftigen Modpacks. Von dem her sehe ich das jetzt nicht so dramatisch. Dass wir mal eine ganze Folge hier einfach nur mit Tinkers Construct rum probieren. So, wir haben jetzt, wie viel Menulin? Zwei. Das habe ich mir gedacht. Dann können wir mal hier, wie viel Ardite haben wir hier? Ein Blot, okay. Dann können wir mal das Ding noch aus Ardite machen. Das darf kein Fall. Da kann jetzt dann die Rod rein. Und dann können wir die Rod noch aus Ardite machen. Und dann machen wir uns noch eine Rod aus Purple Slime und noch eine Rod aus Menulin. das ist so die Idee. Ist das die Topfraud? Okay. Hä? Wieso geht das nicht raus? Ach so, nee, ich wollte ja nicht Liquid Purple Slime. Ich wollte hier ist jetzt so ein Eisenfeld. Ich wollte ja hier den anderen. Wisst ihr schon, ne? So. Das fertig? Okay. Wir haben ja hier diese Tool Part Geschichte. Cool. Da können wir alles reinlegen. Können wir da auch fertige Tools? Nein. Okay. So, wir können ja mal in die ins Crafting Terminal mal das rein, was wir nicht mehr brauchen. Kobalt Pickaxe 900 600, okay. Bisschen aufräumen. So, wie sieht es aus? Drei Menulin Ingots. Einmal raus, bitte. Und dann hätte ich noch gerne Molten Night Slime. Nein, ist das zu wenig. Woran mangelt es? Natürlich an Cobblestone. War ja klar. Schmilzt er schnell? Bitte. Ich würde heute gern noch fertig werden. mit unserem Super-Mega-Hammer. Die Frage ist auch, welches Repair-Material brauchen die dann, ne? Das ist auch so eine Sache. Wir haben ganz schön viel Mist hier drin. Aber geht schon. 250 Millibucket, das sollte noch genau für den dritten Night Slime eigentlich reichen, ne? Ah ne, ein Bucket und 250 Millibucket, okay. Schmelz schnell, oh! Also zum Einschlafen hier. Wir können ja schon mal, können wir eigentlich hier dann direkt aus der, ne, okay, das wäre jetzt zu schön. Wir können mal kurz zum Test schon mal, na gut, dann müssen wir doch wieder alle Sachen da rein. Dann bringt uns das ja gar nicht so viel, egal. So, noch mal kurz aufräumen. Weg. Oh, ich hätte hier noch Audite Ore gehabt. Na, egal. Weg, weg, weg. Weg, weg, weg. Okay. Dann hier noch mal rein. Weg, weg. So, bist du endlich fertig. Night Molten, Night Slime. Fünf Ingots reicht locker aus. So. Und dann probieren wir einfach mal ein bisschen Ruhm. So, 60, 70, 80, 90, 100. Ups. Und. Ah, es ist schon fertig. Okay. Dann schauen wir mal. Hammer. Also, fangen wir an mit kompletter Kobaltkopf und ein Handle aus Manulin. Da hätten wir jetzt Durability 1600. Das ist auch was hier alles steht. Genau. Durability 1600. Mining Speed 4,8 und zwei Modifier. Und Coldblooded und Momentum als Effekte. So, wenn wir jetzt den Kopf hier gegen den Manulin-Kopf austauschen, dann haben wir ein bisschen mehr Durability, aber deutlich weniger Mining Speed. Deutlich mehr Attack Damage, aber wir wollen ja kein Damage. Also ist das eigentlich eher nicht so sinnvoll. Mit einem Ardite haben wir deutlich mehr Durability, aber weniger Mining Speed, aber Stonebound Stonebound war aber, dass wir schneller abbauen können. Ach Quatsch, falsches Buch. Stonebound war, dass wir schneller abbauen können, glaube ich. Modifiers ne, nicht Soulbound, Stonebound. Sharp, Sycta, Trainfort, Swind, die stehen hier nicht unter den Modifiers. Wahrscheinlich, weil es irgendwelche toolspezifischen Geschichten sind. Wo ist denn Ardite Stonebound Mines Faster. Gut, weniger Damage ist ja egal, aber es minnt auf jeden Fall Faster. Okay, und was hätten wir jetzt noch hier, das sieht ja komisch aus hier im Moment, wenn wir jetzt den Handle austauschen, alter Schwede, okay, dann gewinnen wir eine Menge Durability ohne irgendwelche anderen Sachen, bis dieses Code blattet, Cold blattet Unnatural Ach Quatsch, was mache ich denn? Increased Damage, okay, interessiert uns gar nicht und Unnatural Da The Tools Mines Faster, ja, umso besser. Also das hier Also hier effektive Mining Speed scheint nicht unbedingt hoch zu gehen Aber wir haben auch noch das hier Da hätten wir noch mehr Durability wenn wir das Ding aus Ardite machen und hätten statt Unnatural Ach hier steht der Tools Mines Faster Ach so okay Je höher das Mining Level über dem liegt was wir abbauen wollen desto schneller baut also quasi Kobalt in normaler Geschwindigkeit aber Stein ultraschnell was ja eigentlich auch genau das ist was wir gerne möchten und das hier wäre okay das hier ist natürlich das ist auch ziemlich cool die sind beide ziemlich cool die Sachen was hat denn der hier für ein Repair Material sehen wir erst wenn es fertig ist okay boah ich wäre fast dafür weil es halt noch schneller abbaut und hier Tools Mines Faster nochmal und nochmal Increased Speed also eigentlich ist das hier glaube ich die coolste Kombi ich hoffe ich habe keinen Fehler gemacht aber es wirkt ziemlich cool so Part Chest erstmal das Zeug hier rein vielleicht müssten wir uns dann doch nochmal einen anderen Hammer machen weil der richtig kacke ist aber ich glaube das im Moment erstmal nicht so was hat er jetzt für ein Repair Material steht da gar nicht sehe ich das hier was hat er für ein Repair Material ich habe keine Ahnung Ardite Kobalthammer wahrscheinlich eins von den beiden ok testen wir es mal noch bevor wir die Folge beenden testen wir es mal noch ja ok ok ist ok ist ok aber aber es ist nicht schnell genug deshalb machen wir uns jetzt noch ein bisschen redstone modifier drauf redstone ein bisschen davon und ein bisschen davon als Füllmaterial ich weiß nicht ob man es noch braucht weil die blöcke nicht genau aufgehen aber wir werden sehen so hammer redstone ah ja man sieht schon da unten zack und noch 10 ah aber der nimmt jetzt alles auf einmal stimmt so jetzt sind beide Modifier auch aufgebraucht und wir haben 7,69 aber alle anderen Vorteile so und jetzt testen wir den Spaß hier nochmal oh yeah das ist ein schöner hammer wir gehen nochmal eine Reihe vor also ich würde sagen das ist doch ein richtig schöner hammer geworden und dafür dass wir noch clumsy sind wir können ja wenn wir den hochlevel noch viel 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 mehr Modifier drauf packen oder immer Redstone reinballern dann ist das schon krass und Durability mit 2300 ist auch super also ich muss sagen mir gefällt das Ding hier sehr sehr gut ich hoffe euch gefällt es auch wir sehen uns dann in der nächsten Folge danke fürs zuschauen tschüss 5 рублей arg icht 1 2 Vielen Dank.